Jetzt haben wir einen Aufruf an alle Steinstößen, die mit der Steinstöße anmelden. Ihr könnt euch am 1.00 Uhr anmelden über den Restaurant Bad News. Also alle Steinstößen, ihr könnt euch am 1.00 Uhr anmelden über den Restaurant Bad News. ...ich kommt am 2.00 Uhr anmelden. Wir gehen mal um 2.1 Uhr anmelden. third time. Jahre alt sind. Und jetzt sind die Platz 2 an der Erde, der Lehrer Nicole und der Gasser Stefan. Und jetzt sind die Platz 1 an der Gasser. Und jetzt habe ich nur noch einen Einfluss von allen Leuten, die im Festabteil nicht enthüllen, unter 10 Bankettkarten haben. Ihr seid bettet, an diesen so einen Platz zu machen, wo ihr eine Bankettkarte habt, dass ihr es nicht anbessen könnt. Danke für die Wünste Stadnis. Und jetzt sind die Platz 2 an der Gasser. Redaktion unter Perlgöntopiak. Siegerplatz ein, Perlgöntopiak. Das war's für heute. Unterhands von Marti. GEREN DICHT Vielen Dank.